Ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau, zum nächsten Trailer, zur Weiterleitung, zum Hauptfilm bei VK, Bitshoot, Odyssee und Rambel. Ich glaube, so gefällt mir das jetzt ganz gut, dass ich da irgendwie noch ein Bildchen einblende, aber dann rechts oben dann immer noch dieses Logo oder sonst was Nachrichten an das deutsche Volk vom 19.11.2022, was er jetzt heute wäre, da reinblende. Ich glaube, so kann ich mich damit sehr gut anfreunden, gefällt mir ganz gut. Ich weiß, Eigenlob stinkt oder Stinkt oder Eigenlob stimmt vielleicht sogar. Tja, das könnt ihr dann natürlich wieder schauen auf den entsprechenden Kanälen. Ich freue mich auf euch, macht da was draus und wer es dann eben schauen möchte, schaut es sich dann halt auch an oder wer es sich nicht anschauen möchte, auch gar kein Problem. Auf jeden Fall habe ich mir da jetzt, glaube ich, schon nochmal ein bisschen Mühe gegeben, das nochmal so ein bisschen umzustellen. Aber ich glaube, so ist es jetzt eigentlich ganz okay und dann sehen wir uns doch hoffentlich gleich wieder. Tschüss. Vielen Dank.